so das brauche ich jetzt reicht mal warum ruckel das jetzt so ey jo was los warum ruckel warum ruckel ruckel jetzt haben wir da sogar 3 frei das ist natürlich noch besser jetzt muss ich hier noch irgendwas irgendwas dazwischen bauen moment fack ist das da das da rauche ich jetzt brauche ich davon stufen ich brauche da platz wo ich das jetzt so zwölf müssten eigentlich reichen ich sag eigentlich ja ja weil ich eh weiß dass es dass es nicht tut 1 warte so ja kann man lassen jetzt kommt das dann nämlich weg weil dann setzen wir das nämlich auch eins runter äh wir waren das ja nochmal hier und dann so ich weiß schon gar nicht mehr ja ich hab keinen keine slips mehr aber das tut mir leid da habe ich nicht gesehen dass die aufnahme beendet wurde denn ich habe außerdem auf der falschen festplatte aufgenommen die war eigentlich schon krabbel voll und jetzt habe ich zwar noch nicht geguckt ups jetzt habe ich meine kopfhörer raus gehauen um zeige ich zwar noch nicht geguckt wo die aufnahme unterbrochen hat aber weiß nicht ob ich hier das schon alles ich zeig es mal ganz kurz jetzt habe ich mir entschieden hier diese Bretter da rein zu machen in den verschiedenen Farben weil es einfach scheiße aussieht ähm das haben wir hier noch gemacht ähm und ja als zweiter gerade da oben als ich gemerkt habe dass die Zahl rechts unten nicht mehr nicht mehr rot ist und ja jetzt ist ja wohl wieder rot und jetzt nehme ich wieder auf und jetzt nehme ich auf der richtigen Festplatte auf so dann brauche ich hier noch weiße vier Stück als einmal da ein nachverfrieden von der richtigen Seite sm ich komme aus grün äh pinken wunderbar und jetzt brauche ich noch ich hole unten erstmal die kisten ab die leer sind das ist das und das zum beispiel die sind fast leer und da ist ja überall was ok dann habe ich jetzt 9 246 18 es müssten 10 sein warum habe ich jetzt nur noch warum die so kippe ich nicht so 10 kann man 2 4 10 würden 18 kommen noch Geben wir mal noch So, das sind schon mal Wie viel wollen wir denn noch? 6 Sollten wir 18 Wunderbärchen Und dann Hey, platzieren Und dann haben wir eigentlich unser Lagerhaus auch schon fertig Oh lol Ich vollidiot Ach man Und dann Man möchte es nicht mehr so So Alles klar Und dann muss ich da oben noch kurz Fackeln setzen Na jetzt einfach mal Äh, 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 da So, 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 so Und da Da nicht Und, oh, alter Und dann würde ich sagen, ist unser Lagerhaus schon mal fast fertig Das wird natürlich das Dach Ganz dumm sind wir natürlich auch nicht Aber jetzt muss ich mal kurz über... Überlegen, ob ich nicht die Fenster Noch eins Größe machbar Ein Größe geht noch Okay, man muss auf jeden Fall eins größer Das ist mir zu klein Also man muss mal eins größer Äh, so Weil das passte so, weil da ist ja eh keine Kiste So, passt das ja Äh, nee Also noch eins geht nicht Weil das ja dann hier die, äh, äh, dieses Brett, wie ich sie immer nennen So Holen wir kurz das Holz, was darunter gefallen ist Und dann muss ich mir was wir mal überlegen Für Für